Ansonsten gibt es hier noch den letzten Punkt, das wären die Game Experiences. Was sind die Game Experiences? Ja, wie man sieht, ich habe noch nichts freigeschaltet. Wird gelaufen, das war's, tschüss. Können wir jetzt eigentlich auch gehen, ne? Wie trunken. Einfach aus nichts. Was war das denn? Das ist also total trocken, außen nichts. Und das ist immer auf einmal. Das ist immer auf einmal. Ich habe Tränen in den Augen. Oh, die Tau hoch. Man sieht, ob ich nichts freigeschaltet habe. Das war's, tschüss. Was? Wie random. Ja, das war's, tschüss. Oh, das war der Herr, das ist ein Affleck, das ich bis jetzt so in Ethernet hatte. Oh, der war wunderschön. Oh, der war ja noch auf Kamera. Oh, wie geil. Oh, ich mach glaube ich ein One-Tech-Video heraus. Das ladet einfach so hoch. Okay. Von mir aus. Oh, okay. So, gestärkt geben wir jetzt ihn auf dem Server. Ah, was ist das denn? Ja, was ist das denn? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Einfach ohne Sinn. Ja. Jemand sieht, ob ich mich streit gescheitert. Das war's schon. Ist einfach super flach. Es war halt so scheiße, dass es schon wieder gut war. Kann man jetzt eigentlich auch gehen, ne? Was? Kann man jetzt eigentlich auch gehen, ne? Es ist so schreckbar, es kommt nicht auf 10 Minuten. Guck, es sind schon 8 Minuten. Alter. Okay, was ich eigentlich erklären wollte. Ich kann nicht mehr. Scheiße, diese witzige Ringtippen. Ja, ich hab noch nix reingeschaltet. Danke, tschüss. Okay, okay. Okay. Ich hasse das, wenn man sich gegenseitig hochreitet beim Lachen. Ich kann da nie aufhören. Ich find das gut. Also. Game Experience. Alter. 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 Ich kann gar nichts mehr. Okay, also. Die Game Experience. Das beschreibt... Wenn man... Wissen Sie, was das bedeutet? Ihr... Ihr habt nix und könnt gehen. Tschüss. Ja. Klickt auf ein anderes Video von mir. Ein anderes Video. Oh Gott, ich glaub, ich krieg das heute echt die Wellen. Ja. Okay. So, jetzt reise ich mich zusammen. Also, die Game Experience... Was sind die Game Experience überhaupt? Ich hab schon einen Schmerz vom Lachen. Ich auch, ja. Scheiße. Vor allem, das war so trocken. Das war so sinnlos einfach. Ich weiß. Genau das hat's ja so lustig gemacht. Wir haben überhaupt keine Pointe. Ja. Keine Pointe, kein gar nichts. Einfach Danke, Tschüss. Ja. So muss das. Oh. Okay. Wofür sind die Game Experience da, John? Mann, das bleibt mal Serious. Serious. Serious Boy hier. Komm. Also. Okay. Ich versuch's mal. Krass. Okay, ich will dich hier unterbrechen. Okay, ich versuch's. Ich versuch's. Okay. mich anzustrengen. Okay. Okay, ich versuch's mich anzustrengen. Gutes Gelegen wünsche ich. Gutes Gelegen wünsche ich. Ich versuch's. Ich versuch's mich anzustrengen. Ich versuch's. Ich versuch's nicht. Ja, ich versuch's. Es geht zur Arbeit und sich so. Okay.